Ingo Hertsch ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Seine ersten fußballerischen Schritte unternahm Hertsch beim Kallenberger SV, bevor er zum Chemnitzer FC ging. In der Bundesliga startete seine Laufbahn 1997 beim Hamburger SV. Im Jahr 2003 wechselte er zu Bayer 04 Leverkusen, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. In der Saison 2003-04 wurde er an Eintracht Frankfurt ausgeliehen, konnte aber den Abstieg von Eintracht Frankfurt in die 2. Liga nicht verhindern. Ab der Saison 2004-05 spielte Ingo Hertsch für den 1. FC Kaiserslautern, mit dem er in der Saison 2005-06 erneut aus der Bundesliga abstieg. Zur Saison 2006-07 wechselte er zum Zweitliga-Aufsteiger FC Augsburg. Seit der Saison 2019 spielte Hertsch für RB Leipzig. Hertsch beendete seine Profikarriere am 30. Juni 2011 und erhielt einen Anschlussvertrag im Marketingbereich von RB Leipzig. Außerdem fungierte er noch als Standbeispieler in der Reserve. Im Sommer 2013 beendete er seine Karriere als Fußballspieler. Ingo Hertsch kam ab 1997 in der U21-Auswahl des DFB zum Einsatz. Im Rahmen der Qualifikation für das Olympische Fußballturnier 2000 nahm er 1998 zudem an drei Spielen der deutschen Olympia-Fußball-Auswahl teil. Beim 1 zu 1 gegen China erzielte er ein Tor. Hertsch bestritt zwei Länderspiele für die deutsche A-Nationalmannschaft. 2000 gegen Dänemark, 2002 beim ersten Nach-WM-Spiel gegen Bulgarien, bei beiden Spielen stand er in der Startelf. Sie haben noch etwas Anteil für das Konzern erstellt. Sie haben eine große Anerkennung in der K-National-Bedingung. Sie haben mit diesem Untertitel an, 3 mal-Sofre��,